1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Das Gegenteil von Lieb, wir sind die Zukunft von Wien. So viel Zeit und Liebe investieren, mag uns Sorgen ist, sie soll es umsonst. Aber ich glaub, der Chef zahlt sie aus, der kleine Wichtel hat den Dreh lang so raus. Wir sind jung, gefährlich und echt, motiviert und auf die Selfie so fesch. Wir sind das Gegenteil von Lieb, wir sind die Zukunft von Wien. Nein, nein bitte nicht so schnell, hier kommt der Wiener Tschuschuselam Habibi. Immer gut versteckt vor den Zivis, Hinterkopf vor der AK-CD. Wir kämpfen ne Flasche und drehen noch ne Pflanze, stabiler Backup à la Brodie Bratte. Zum Kämpfen geborene Generation, weil Teenie meinte, lass einfach machen, stabil Wir haben drauf und halt jetzt nix mehr auf Wann ich will, gehen die Würstchen aufs Haus Wir sind schon reich, weil wir haben ja uns Und gehabt zu voll, war je umsonst Wir sind jung, gefährlich und echt Motiviert und auf die Selfies so fesch Wir sind das Gegenteil von Liebe Wir sind die Zukunft von Wien La 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 Die Zukunft von Wien Bitte lasst unser Studio stehen Christina Kosik Das hat der Fahrer mal ins Schlagzeug als Gitarrist mitnimmt Ich hab gestern Gitar gelernt, heute spiel ich Aber gar nicht so schlecht Mario Stübler, herzlich willkommen Ich kann vier Karte Christina Kosik und ein schönes La 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 haben wir gehört Ja, vorher sind wir leider nur zu dritt Sonst machen wir es zu sechst Weil wir sind die Sexy Sex Die Sexy Sex? Und die Brudis Und mein Mann und mein Omi Und mein Mann und mein Omi Zukunft von Wien Finde ich ja lustig Gesungen von einer Oberösterreicherin Von einem Steirer und einem Flüchtling aus Albanien Sidi, herzlich willkommen Aber ihr lebt alle in Wien mittlerweile? Mittlerweile voll Ja Und wie taugt es euch so in der großen Stadt? Ich liebe Wien Also, ja, komplett Möchte nie wieder woanders sehen Ja, aber deine oberösterreichischen Wurzeln, die sind schon? Natürlich Aber das heißt ja nichts Man weiß immer, wo man herkommt Ja Voll Das ist die Familie, ist bei dir noch in Oberösterreich? Ne, sie pendeln Voll Ah, sie pendeln auch Okay, sehr gut Ja, alles für die Musik Ja Du, Tini, ich hab da einiges gelesen, was ansteht bei euch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten Vorgruppe Ein paar lässige Vorgruppen-Jobs, kann man das sagen? Voll, wir spielen am 20. August Vor Seiler und Speer auf der Burg Lamm Das ist sozusagen der Ritterschlag in Oberösterreich Also für mich das Wichtigste Weil auf der Burg der Ritterschlag oder wegen Seiler und Speer? Nein, wegen der Burg Also ich wegen Seiler und Speer Okay, gut Voll Und im Juli spielen wir vor am Gerd Steinbecker auf der Burg Finkenstein Also das mit Burghopping und so Das ist für uns ein Ding Das weiß ich noch gar nicht Ja, jetzt weiß das Ja, ich weiß nicht, ob du dabei bist Weil mit dieser Leistung heute am Ende Was? Ich hab mich so bemüht Nein, Schlagzeug spielen kann keiner viel besser Gerd Steinbecker Das S, eines von zwei S, von SDS Die Mischl und Schiefkowitz Genau Die anderen Die anderen sind auch Herren Oder hast du eine Dame bitte dabei? Nein, ich bin die Einzige Ich bin gern unter Männern Liebe Tini Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Herrschaften Vielen Dank Und vor allem dann auf der Burg Klamm mit Seiler und Speer Und alles, was da noch kommt Komm wieder mal zu uns Ja, wann es uns wieder einladen Ja, wenn du dann einen guten Gitarristen hast Wann es uns nur einladen? Sieh Vielen Dank Und alles Gute euch Schöne Woche noch Danke Ab geht's In Studio der Zeit im Bild Bis später Schönen Mittwoch Vielen Dank